Ich höre ganz viele Stimmen. Was meinen Sie mit Stimmen? Stimmen im Kopf. Wo im Kopf? Im Gehirn, wo geht das? Was für Stimmen sind das da? Das ist meine Ex-Freundin, habe ich als Stimme. Ja? Mein Onkel. Ja. Mein Vater hat noch einen Kumpel, aber auch tatsächlich die Ex-Freundin. Die Ex-Freundin? Ja. Was sagt denn die Ex-Freundin? Ich komme auf der Klan in deinem Kopf oder so. Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Sie haben sich ja über die Jahre weg keinen Aufnahmen gemacht als Künstler. Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Immer nur Zeit Soll ich wie im Ohrleis mitgehen Du gehst jetzt gehen Aber ich geh mal weit soll jemand soll ich von euch q soll es soll es was Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.